So, Konzentration Ja So, der nächste bitte So, den machen wir auch eben fertig Den kleinen Putzigen Alles klar Ab nach Hause, Leute Es gibt was zum Mittag, ich habe Hunger Unbekanntes Alien-Artefakt Wow, das ist gut Aha Also nachdem, was ich von meinem letzten Spiel weiß Wo ich das mal durch hatte Also die Frachter-Konvois fliegen zu einem schwarzen Loch Das haben wir ja auch schon rausgefunden In einer der ersten Nachrichten Einer fliegt immer hier hoch Und der andere fliegt jetzt da unten Kann ja sein, dass da zwei schwarze Löcher sind Man weiß es nicht, ich weiß es auch nicht Ich weiß nur, dass wir jetzt demnächst hier mal ein bisschen mit unseren neuen Antrieben Oh, jo Hier mal hinten mal die Stützpunkte wegrotzen werden Beziehungsweise die Fabriken Ich speichere mal Was ich eigentlich gerade schon gemacht habe Gucken, ist die Staffel schon gelandet? Frachter Könnte sein Wir fliegen jetzt einen neuen Angriff Wir fangen jetzt nämlich an, die Dinger hier wegzurotzen In den Außenposten Weg damit Spiel speichern Kampf Und auch in den selbigen Okay, das sind meine Sensorsonden Sonde gestartet Ich werde mal hier ein bisschen was verteilen Sonde gestartet Gibt es hinten auch irgendwo noch ein Sternensystem? Nein, aber Würde mich nicht wundern Okay, schwarze Löcher Nee, die Ich glaube, die erforschen wir erst Später im Verlauf des Spiels Deutsch, na Gut Wir greifen an Und dann, wenn wir hier fertig sind Ausformation ausbrechen Auf geht's Verstanden Du hast Los, rein mit den Raketen Und danach nichts wie weg Ich werde das scheinlich los Hier kommt der Kammerjäger Alles klar Alle Mann zurück zum Stützpunkt Und zum Stützpunkt zurückkehren Ich war schneller, Dragon Jawohl Kenny Grimasse Collins ist zum Leutnant befördert worden Herzlichen Glühstrumpf Außenposten zerstört Die Aliens werden immer saurer Die Köpfe laufen an Gut Wenn es keine Motonen sind Äh, ich meinte Ja doch Die Motonen, die werden dann Keine Ahnung Die werden weiß Weil Weißglut So Wie viele Außenposten haben wir jetzt noch Die wir vernichten müssen? Drei Außenposten Und ein Alienstützpunkt Nach unserem derzeitigen Stand Den nehmen wir auch gleich Und den Alienstützpunkt machen wir auch nachher Aber Wir werden jetzt erstmal Ein kleines Schlüsschen machen Ich werde mir wieder Nervennahrung besorgen Und dann Werde den Alienstützpunkt angreifen Mit Base One Geschwadern Und hier unten werden wir aufräumen Mit den Geschwadern von New Hope Und mit dem Geld, was wir haben Werden wir Noch zwei Basen Anstimmen Damit wir dann Eins, zwei, drei, vier, fünf Fünf haben wir dann glaube ich schon Noch zwei, ja Ich versuche jetzt Das Maß der Basen voll zu machen Damit wir zumindest schnellere Forschungsergebnisse runterladen können Das ist mein Hauptziel Jo, und dann Schauen wir mal Und ich würde sagen Bis zur nächsten Ausgabe Von XCOM Interceptor Jo, bis dann Tschüss Jo, bis dann